Naja, ist egal. Und die haben schöne Gewehre. Ja, wir werden es eskortiert und müssen unsere, ähm, wir müssen uns in Züge halten. Ja, okay, müssen wir die Waffen da hinlegen. Naja, hilft nichts, ich bin aber total ungern unbewaffnet. Naja, es hilft nichts. Ja, aber der hat doch auch ne Knarre. Tch, so ein hier ist jetzt Daniels. Wieher, irgendwie kommt mir der bekannt vor. Ist es nicht dieser Daniels von Star Trek Into Darkness, also der, ähm, Böse Don, also der Erzfeind Don, der die Welt bedroht, der wird der Schattel genauer aus. Aber auch mit dieser Uniform, der hat auch so eine Uniform. Ja, ich bin mal gespannt. Also, weil irgendwie sollte das Spiel zum Film werden. Vielleicht ist es der. Ja. Kommador, du, du, weißt, dass das Helios-Divis hat in die Hand gehalten. Wenn die Gorn lernen, um seine Macht zu verhören, werden sie aber nicht verhören. Das ist nicht so, wo ihr zwei kommen, Herr? Ihr zwei sollte sich die Heroin sein. Starfleet's Rising Stars, oder so. Wenn das wirklich so ist, würde ich sagen, dass Sie diese Maschine zurückkommen, bevor es noch mehr gibt. Was habe ich gemacht? Was hast du gemacht, Tamar, ist, um eine Maschine zu entwickeln, die Zukunft der Starfleet wird. Warte. 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 Spock, du musst mir glauben. Ich habe das gemacht, um unsere Menschen zu beschützen. Das Gerät sollte, um unseren Planeten zu verbessern. Wenn ich das wusste, hätte ich... Auf dem Bild. Ja, die Goren greifen an. Nicht gut. Nicht gut. Commodore, wo ist dein Kommunikationsbank? Wir müssen die Starfleet auf einmal notieren. Das ist meine Station. Ich werde die Starfleet notieren. Bevor meine Shuttle für die Evakuation. Ich wusste, dass ich diesen Mann hattet. Okay, und wir haben immer noch keine Knarre. Kapitän, ich bin mit dieser Starbase. Ich kann dich in die Kommunikationsbank auf der Oberfläche. Was war das denn? Ich weiß nicht. Das Feuer ist unter Kontrolle. Bitte bleiben Sie an Ihren Seite. Wir müssen erst mal unsere Knarre wiederholen. So. Das ist doch nice. Das ist die Knarre. So. Wo geht's lang? So. Lasst mich los. Lasst mich durch. Oh. Oh, komm mal, komm mal, kalk! Woah. Oh. Achso. Ja. Okay. War doch nicht zu schwer. Okay und jetzt auf E. Hey, komm Spock. Gehen Sie zur Messe. Und los geht's. Was ist hier los? What the fuck? Woo! Fuck you, go on. Da oben. Und da. Ich denke, da drüben wird auch... Ja. Ja. Toll, das ist ja gar nichts. Da oben ist aber einer. Gut. Da sind alle tot. Ja, ich würde schon gerne mein Gewehr behalten. Ja, ich würde gerne mein Gewehr behalten. So. So. Ich weiß nicht, keine Munizierung mehr. Gut. Ich werde dann doch mal ein bisschen in Deckung bleiben. So, ein bisschen in Deckung bleiben, denn ich... Bin gleich tot. So. Weiter geht's. Okay. 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 Was? Okay. 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 Ist doch sehr effektiv. Sind doch alle Gegner schon ausgeschaltet fast. So. Und du dann noch. Was haben wir hier? Okay. Können wir vielleicht mal rauchen. Wo? Spock, 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 Spock. Äh, Dante, Spock. Äh, Dante, Spock. So. Hier gibt's Heilung. Können wir mal gut gebrauchen. Und... Fuck. Ähm. Könnten wir mal wieder eine Granate schmeißen und wir haben leider keine mehr, oder? Doch, wir haben sogar noch was. Okay, wir sind auf dem Weg. Dann gehen wir einfach mal da rein. So. Äh, was ist das? Okay. Das hier nicht geht so anders. Okay, aber dann sag ich erstmal, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Aufnahmesession von Star Trek, das Videospiel. Ich sag, haut rein, bis zum nächsten Mal, tschüss, euer Klöpati.